Peter Knebel, der uns live aus Schalke zugeschaltet ist. Erstmal guten Morgen, wenn man so die Bilder sieht, unabhängig jetzt vom eigenen Ergebnis. A, ist es schön, dass diese zweite Liga losgeht und B, wie haben Sie diese Fanrückkehr miterleben können und auch genießen können? Ja, ein herzliches Glück auf aus Gelsenkirchen. Herzlichen Dank für die Einladung. Das war Gänsehaut pur, das muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich einer dieser Momente, die man nicht vergisst im Leben. Einerseits nach dieser langen Zeit wieder Leute im Stadion zu haben, aber dann auch in diese Saison starten zu dürfen, war ein unglaublich emotionaler Moment. Und ich durfte interviewtechnisch auf dem Rasen sein und habe so richtig mitgekriegt, wie es vibriert, was das mit den Leuten macht. Und ich bin unglaublich froh, dass unsere Fans wieder im Stadion sind und möchte mich an dieser Stelle auch für die großartige Unterstützung bedanken. Denn das war emotional etwas, was man nicht vergisst, auch wenn man schon so lange im Geschäft ist wie ich. Was für eine Stimmung 19.000 Menschen, 19.000 Schalker dann herstellen können. Das war unglaublich und diese Gänsehaut, die werde ich nicht vergessen. Tja, Olaf Thun war auch mit vor Ort. Ging es dir ähnlich? Ich meine, normalerweise 20.000 Zuschauer, da würde man drüber schmunzeln in früheren Jahren auf Schalke. Aber ist das tatsächlich, wenn man es eben so lange nicht hatte, ein völlig neues und ein fast schöneres Erlebnis? Ja, es war ein Kribbeln da und das war was ganz Besonderes. Gänsehaut und ganz am Anfang dann auch das Tor und der Jubel, die Gesichter der Fans. Alle sind mitgegangen und das hat natürlich Spaß gemacht, klar. Nun gibt es ja diesen Claim, die beste zweite Liga aller Zeiten. Die gab es schon vor einigen Jahren, aber ich glaube jetzt, Olli, können wir ein dickes Ausrufezeichen hinter machen, allein von der Besetzung. Das sind ja unglaubliche Mannschaften mit dabei, allein bei diesem Duell zwischen Schalke und dem HSV. 108 Bundesliga-Jahre, 13 deutsche Meistertitel, also das spricht schon für sich. Und wenn du all die anderen Mannschaften dazu nimmst, so ein Luxusabsteiger wie Werder Bremen und dann diese Zuschauer dazu. Gestern Abend 14.000 im Weserstadion, auch da war es unglaublich laut, unglaublich euphorisiert, auch wenn das Spiel für Werder da nicht so gut lief. Aber du spürst einfach, dass diese Sehnsucht da ist und die haben wir jetzt auf dem Platz. Und deswegen wird das ein Riesending, diese zweite Liga. Und das wird auf jeden Fall in dieser Saison so bleiben. Und wenn ich die Schwäche von Schalke und Werder sehe, dann ist es dann auch noch ein bisschen länger. Ja, also es ist tatsächlich nicht nur Schalke, Werder, der HSV, sondern viele andere große Vereine. Nürnberg, Düsseldorf, St. Pauli, Hannrufer. Es gibt so viele große Namen. Ich glaube mittlerweile sind 43 Meistertitel oder sowas insgesamt, wenn man mal alles zusammenzählt. Ist das für die Vereine vielleicht auch eine Chance im Verbund dieser 18 großen Namen in dieser Liga, fast schon der Bundesliga wirkliche Konkurrenz zu machen in Sachen Emotionen? Naja, es ist zumindest etwas, bei dem jedem Fan und vor allen Dingen den Traditionalisten unter den Fans das Herz aufgeht. Wenn man sieht, wie viel Tradition, wie viel Fankultur, wenn es werden ja sukzessive, hoffen wir zumindest, dann auch noch mehr Zuschauer zugelassen werden, wie viel Fankultur wir dann erleben werden auf den Rängen in den Stadien. Es ist großartig. Das ist das, nach dem wir uns alle sehen. Und es bedeutet natürlich auch eine gute Chance im Hinblick auf eine fußballerische Entwicklung. Ich war ebenfalls am Freitag auf Schalke und ich muss sagen, ich war nicht nur atmosphärisch beeindruckt, ich war auch fußballerisch beeindruckt, in erster Linie natürlich vom Hamburger Sportverein, der da wirklich ein furioses Spiel abgeliefert hat mit extrem vielen Positionswechseln. Sehr beeindruckend, hat Schalke wirklich eine harte Nuss aufgegeben, aber auch Schalke hat nicht so schlecht gespielt. Die hatten Phasen, wo die den HSV richtig unter Druck gesetzt hatten, Torchancen hatten. Also das war tolle Unterhaltung. Unterhaltung.